So meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Gothic 2, der Nostalgik-Edition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge sind wir Bürger der Stadt geworden und haben Zutritt zum oberen Viertel erhalten. Na Mensch, Lothar, alter Freund, freust du dich, mich zu sehen? Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Ich habe gehört, du hast schon die Zustimmung einiger Meister bekommen. Ich bin jetzt Lehrling bei einem der Meister. Du meinst es wirklich ernst, was? Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Ich habe Lord Hagen berichtet, dass du ihn sprechen willst. Und? Was hat er gesagt? Er hat noch nie von dir gehört. Natürlich nicht. Hast du ihm von den Drachen erzählt? Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst mit diesen Geschichten aufhören? Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Von mir hat er das nicht. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Von mir hat er das nicht. Oh Mann. Ich glaube, der Lothar, der mag mich nicht. Es bängt ein bisschen traurig. Aber das mit den neuen Klamotten hier, der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Da kann man den Unterschied nochmal erkennen. Zwischen Hafen, Unterstadt und Oberstadt. Richtig, richtig schick. Was haben wir da? Lederbeutel, wa? Ja. So, Herr Gerbrand. Juhu. Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Verstanden, Gerbrand. Du reißt ganz schön das Maul auf. Du solltest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt zeigen, sonst bekommst du hier noch ganz gewaltige Probleme. Ich sage hier, wo es lang geht. Wenn wer Ärger macht, bekommt er Ärger mit mir und sollte schleunigst die Stadt verlassen. Denn wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Die meisten Leute im Hafen arbeiten für mich. Und wenn du irgendwann mal Arbeit suchst, solltest du zusehen, dass ich dich in guter Erinnerung habe. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Also man muss sagen, hier im oberen Viertel, ihr nehmt wirklich nur Wichser. Der Gerbrand ist ein Wichser. Der Fernando, der ist ja auch mit den Banditen im Bunde. Dann der Valentino. Naja, gut, Lothar, einfach nur Grießkram. Dann der scheiß Richter. Ihr seid nur miese Schweine. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen. Aber wenn es mir nicht gelingt, wieder ins Geschäft zu kommen, werden harte Zeiten auf mich zukommen. Also, das ist ganz klar Cap. Zeig mir deine Ware. Cool. Wir verkaufen den Lederbeutel. Dann tauschen wir einfach der Gold aus, so ein bisschen. Wir bekommen auch den Beutel da gratis dazu. Ja, was haben wir hier noch? Lehren der Götter. Landkarte, Korine, sind Erzbrocken. Ja, schön. Den kann man eventuell zum Schmieden benutzen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Irgendwann muss da ist es. Du sagst mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Oh Mann. Das ist eine schlimme Sache. Der muss aber ganz dringend kacken gehen, ey. Der springt direkt über den Zaun. Der hat bestimmt Durchfall. Schicke Rüstung. Marschall Rigaldo. Marschall Rigaldo. Von den Klamotten her und den Helm. Fehlt noch die Riesenfeder oben drauf. Aber da hat er vom Sumpfei die Flosse. Schick, schick. Er ist hier unten mit der Frau zugelang vom Richter. Der Richter, der alte Sack, der hat oben keinen Bock mehr. Muss die Frau ran. Hier ist noch einer. Was machst du hier? Was sprichst du mich an? Wer bist du überhaupt? Ich äh... Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Oh, wir provozieren ein bisschen. Kann schon sein. Nicht so patzig. Was glaubst du eigentlich, mit wem du redest? Schlag mir gegenüber wenigstens einen angemessenen Ton an. Und jetzt, geh mir aus den Augen. Der dreckige Richter. Wer es nicht weiß, das ist der Typ, der uns in Gothic 1 ganz am Anfang bei der Video, beim Video bei der Cutscene in die Kolonie geworfen hat. Der seine scheiße Rede erhalten hat. Mut, wie kommst du hier eigentlich rein? Du wirst doch hier kein Bürger der Stadt, oder? Bezweifler ist auf jeden Fall. Hier haben sie die Tür zugemacht. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Entspann dich mal. Dass die direkt töten müssen. Direkte Eskalation. Von 0 auf 100. Ich bin Schwertmeister Cedric, Paladin des Königs. Kannst du mich trainieren? Ich trainiere nur Paladine. Ich bin Geryon, Meister des zweihändigen Kampfes und Paladin des Königs. Warum störst du mich? Geile Ansicht. Kannst du mich trainieren? Wenn du etwas lernen willst, musst du dich schon an einen Lehrer außerhalb unseres Ordens wenden. Ich bin ein Krieger, kein Lehrer. So, schauen wir uns jetzt nochmal um. Vielleicht finden wir noch einen Lederbeutel. Welch knöterig. Welch knöterig. Du bist hier ziemlich alleine, was? Ja, und das soll auch so bleiben. Ich bin froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Damals habe ich einen Kerl umgelegt und sie wollten mich in die Strafkolonie bringen. Aber Larius, der Stadthalter, brauchte noch einen Gärtner. Und deshalb konnte ich hier bleiben. Dieser Garten ist mit der Zeit mein Zuhause geworden. Und ich bin zufrieden damit. Brauchst du auch Pflanzen an? Wenig. Ich habe Feuerkraut und Feuernesseln angebaut. Habe auch mal Sumpfkraut probiert, aber das wächst hier nur mäßig. Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst? Zeig mir deine Ware. Uh, ein dickes Angebot. Eine Hacke, bietet er mir an. Der will mich wahrscheinlich als Lehrling haben. Halt! Nur Männer, die... Ja, ist ja gut. Entspann dich. Alles ganz entspannt. Er hat doch die falschen Leute gehört. Schon wieder so ein Sauwetter. Araxosläufer. Hey, du. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Oh, der wäre gleich ganz sentimental. Denken an Archolos zurück. Geiler Mod. Das war doch klar. Oh Gott. Vatras hört bis hier, ey. Nur am Schwafeln. Ich stimme, ey. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Passt einfach Null, ey. Er ist einer der obersten Stadtwachen hier. Und dann die Stimme dazu, ey. Geil. Wie ist die Lage? Zur Zeit ist alles ruhig. Wir können nur abwarten. Mein Name ist Lotharo. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Zeig mir deine Ware. Die Insel. Kampftechnik. Der Amazon-Kampf. Ein Lehrbuch zum Kampf. Mit dem tyrannischen Kampfstab. Ne, brauchen wir nicht. Die Schildparade. Ein Lehrbuch zum Kampf. Mit dem Schild. 750, Alter. Magischer Spiegel. Ein magischer Spiegel. Welchen Nutzen der wohl hat? Also bei Lotharo, da kaufen wir später mal Einwürdig, sagen. Syrisches Öl. Damit kann mich Mut einölen. Geil. Während geile Nächte wären. Ring der Willenskraft. Passt sich dem Willen des Trägers an. Ja, geile Sachen, der Lotharo. Aber ihr Mann sieht das anders. So, jetzt waren wir überall, oder? Außer bei ihm hier. Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Zeig mir deine Ware. Astronomie, okay. Ja, gut. Warte mal, du hast hier noch ein Buch. Okay, hatten wir aber schon. Keine Erfahrung bekommen. Gut, da sind wir hier oben schon durch. Ging ja recht flott, muss man sagen. So, jetzt ist die große Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir lernen ein bisschen Einhand. Damit wir mal ein bisschen Schaden machen. Ich bekomme ja nur auf die Fresse. Und Schlösser knacken, muss man auch lernen. Jetzt sind wir ja Bürger der Stadt. Sollte uns Torben jetzt beibringen. 25. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Hä, bist du dumm? Ich bin doch jetzt Bürger der Stadt. Hä? Kannst du mir... Am Ende bist du... Bevor ich mir... So eine Scheiße schon wieder. Naja gut, wir hatten mir noch Schlösser knacken beigebracht. Wahrscheinlich irgendeine Diebesgilde, oder? So eine Scheiße. Torben, so ist man wieder komplett nutzlos. Na ja gut, dann lernen wir jetzt ein bisschen Einhand. Weil ich möchte der Mod auf Einhand gehen. Da ja, weil es lohnt sich am meisten einfach. Dann könnte ich nämlich noch die Schildparade leeren, zwei Waffen, Kampfstil. Dafür nutzen wir alles in Einhand. Das können wir alles mal ausprobieren. Lass uns mit dem Training beginnen. So. Haben wir noch fünf? Nein, wir sind ja bald wieder... Stellen wir bald wieder eine Stufe. Ich würde sagen, die nächsten beiden Level packen wir noch in Stärke und Einhand. Ich lerne direkt nochmal Einhand. Oh ne, wir lassen es noch. weil... Ich würde sie stärken, kann sprinten, allgemein mehr Schaden und wir sind ganz gut dabei, schon mit Einhand. So, jetzt geht es zu den Söldnern, würde ich sagen, oder? Haben wir hier noch was? Eigentlich ja nicht, Spielt sich jetzt eigentlich alles draußen ab mit den Banditen und... bei den Söldnern. Hier sind wahnsinnig fertig. La la la. Wir essen mal ein Kraut. Davon haben wir ihn noch. Ey, der hält ja so ein Tier jetzt, ey. In der letzten Folge waren wir ja baden. Haben ein bisschen im Wasser geplanscht und haben direkt ein dickes Sixpack bekommen. Und übelste Oberarme. Ja, Leute. Den Gym braucht ihr nicht mehr gehen. Oder irgendwelche Tanteltraining zu Hause. Einfach mal waschen. Den dreckigen Puller waschen. Und dann läuft das auch von alleine. Ähm, ähm. Ich bin ganz bitter. Ach, es muss nur sein... Einige. Ich bin ganz n gearbox. ok gut ich würde sagen wir speichern mal der 1 und dann beginnt der spaß da ist wieder eins von diesem drecksviechern genau und später wolf lief doch sehr gut hier müssen wir aufpassen hier sind goblins gewesen glaube ich ich hoffe die kommt auch einzeln nein die kommt nicht einzeln scheiße geht's auf mich ja stufe gestiegen geil sind wir schon stufe 6 15 lernpunkte er geht hier so fix da ist wieder eins von diesen drecksviechern scheiße ich würde sagen wir heilen uns mal hoch ich habe hier ein bisschen buttlerfleisch holen wir so einen kopf ich habe hier aber gerade noch einen Feldräuber gesehen zwei sogar ihn nehmen wir natürlich mit da ist wieder eins von diesem drecksviechern ich habe hier und da ist wieder eins von diesem drecksviechern ich weiß schöner tipp geil weg damit mit dem ungeziefer das ist eine nase ich wette kommt auch wie ein dämon oder so aber doch nicht wie bei returning wenn man da noch hasen gekillt hat ist irgendwann ein dämon gespawnt wie viele seid ihr scheiße trefft ihr nicht weiter der aufbleibt mich was storm alter mut wo die shit nicht wenn im wald gehen wir erstmal nicht ob denn skelette sind noch ein bisschen sehr stark reden die über mich danke viel zuversicht so ist mein nickerchen ja macht dass du kommst so ist die große frage schaffen ein typ hier schon wie wir leben hatten der 200 aha ich glaube der könnte ein bisschen schwierig werden wir warten mal noch wenn war wird die stärke haben und 30 einländer sollten aber locker packen da ist wieder eins von diesem dreck geil gekrittet man muss aber sagen die begleiter sind eine geile neue mechanik muss ich sagen aber an sich ein ein bisschen unnötig weil die mod nicht wirklich schwerer ist kommt mir zumindest nicht so vor wahrscheinlich gibt es davon auch nach wie eine hardcore variante da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein ist wie weniger die ich aber übersehen habe aber mal oh gegen die banditen der buchstabe f ist in knauf geritzt aber ich sag mal so mal eine entspannte mod für zwischendurch ist auch nicht schlecht und wer weiß vielleicht wird es ja später noch schwerer wenn die hüten dann kommen und die drachen wir nehmen mal die ganze erfahrung hier mit sehr easy going da ist wieder eins von diesem drecks fiechern da ist wieder eins von diesem drecks fiechern in die knie nein nur einer voller nehmen da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein ist wie weniger es sind aber mehr gegner oder ja da sind nicht gegen sind nicht schwerer aber es sind mehr da ist aber kein problem ist weil die ja nichts drauf haben ein Mist wie weniger wenn wir glück haben sind wir hier nach nochmal level up sorry falls ich meine stimme auch ein bisschen komisch anhören sollte ich bin ein bisschen angeschlagen wenn ich ehrlich bin aber noch nicht so schlimm dass ich nicht aufnehmen könnte da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ja hab mich erwischt ein Mist wie weniger ich war nämlich gestern auch beim arzt gewesen aber nur zur kontrolle da bin ich zweimal im jahr zur kontrolle da habe ich da eine stunde im scheiß warteraum gesessen und seitdem würde ich mich so ein bisschen matt muss ich sagen ich hoffe ich habe mir da einen schreck geholt da ist wieder eins von diesem drecks fiechern wartet ewig auf den termin es steht man ist um neune und dann da sein den termin man ist um neune da pünktlich und muss trotzdem noch eine gefühlte stunde warten alter das ist so zum kotzen immer und dann im warteraum alle mussten und alle krepieren ein Mist wie weniger ist doch alt abgesch- äh jetzt skriptet man soll einfach krank sein deswegen machen sie die kontrollen ja sehr gut ich nur einer bitte euch dicken fetten käfern da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger so die hätten wir alle jetzt ist die große frage schaffen wir auch lurker wir speichern vorsichtshalber und ziehen mal einen raus die könnten ein bisschen stark sein da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ja geht auf mut das ist gut er rät mich so ein bisschen an returning also ich merke den scheißer unterwegs war immer schön tech team dann ist alles möglich so du noch hätte mich vielleicht mal heilen sollen da ist wieder eins von diesem drecks fiechern da ist wieder eins von diesem drecks fiechern schön auf den arsch ein Mist wie weniger die sind aber schon recht groß war die lurker ist mir grad mal so aufgefallen nach 1000 mods so her mit den pflanzen schwere wunden heilen so wie erst mal ein happen so 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 eine stein tafel des einhandkampfes sehr schön da ist wieder eins von diesem drecks fiechern so 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 wir töten jetzt mal alle aber weil wir im fester die killt ich glaub wir kriegen keine erfahrung oder ich bin mir grad nicht sicher scheiße ich stand zu hoch ein Mist wie weniger so 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 was liegt mir schönes noch ein kurzes bogen super da ist wieder eins von diesem drecks fiechern da ist wieder eins von diesem drecks fiechern da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger so sehr schön hier wird ordentlich geplündert ramponierter söldnerschädel haben wir bekommen äh Schild haben wir bekommen die Schädel und einen goldenen Ring und ein Elixir der Geschicklichkeit uhhhh Leute schön 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 so waren hier hätte ich auch noch welche gewesen von den Feldräubern kein tabliche Stärke noch ein Hase vom Schlösser knacken verstehe ich nichts ein Lederbeutel haben wir schon drei gefunden jetzt ich hab einfach fast 2000 Gold alter unfassbar so dann gehen wir mal zu den Söldnern oder wir kämpfen noch ein bisschen weiter auf der anderen Seite sind ja auch noch Feldräuber und so aber die Söldner werden wir nicht schaffen mit dem bisschen Stärke und Einhand naja schaffen würden wir es wahrscheinlich schon aber ist ein unkomplizierter der muss nicht wieder salzig werden der hat auch ein Glück hier der Bauer zwei Mädels unterwegs und da ist man ganz schnell schwanger da ist wieder eins von diesem Drecksiecher da ist wieder eins von diesem Drecksiecher man muss aber sagen die Söldner machen einen richtigen Scheißjob hier sind überall Viecher eigentlich hat Ohna die ja angeheuert damit die Bauern sicher sind aber die machen hier einfach nichts ein Mist wie weniger da ist wieder eins von diesen Drecksiecher ein Mist wie weniger so was haben wir hier schönes heilkraut und wieder ein lederbeutel also noch mehr so geile erfahrung leute scavenger haben wir auch noch da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger meine Güte der hört ja nicht mehr auf weggekratet jetzt scavenger was kämpft denn der Wolf sei so aus oder ist das nicht normalerweise andersrum da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger da ist wieder eins von diesem drecks fiechern okay jetzt müssen wir hier aufpassen dass wir nicht zu tief in den Wald gehen da ist wieder eins von diesem drecks fiechern also waren aber zwei gewesen oder könnt ihr mal der Blutspur folgen hier Moment 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 wie viele Wölfe seid ihr nur einer da ist wieder eins von diesem drecks fiechern ein Mist wie weniger oh Mann ich liebe einfach die Musik und diese Atmosphäre da ist auf dem Lande okay da ist ein Wark da gehen wir nicht hin an dem machen wir wahrscheinlich noch nicht mal Schaden Schattenläufer pennt ja hier auch irgendwo rum glaube ich hier die Blutfliegen die könnten wir mitnehmen wir speichern mal die scheiß fiechern da fängt der Schattenläufer müssen wir aufpassen da ist wieder eins von diesem Drecks fiechern 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 ein Mist wie weniger okay da ist der Schattenläufer da dürfen wir nicht hin da ist ein Wark da dürfen wir auch nicht hin ja sind auch beide Level wieder ab noch ein paar Viecher da ist wieder eins von diesem drecks fiechern scheiße der hat mich erwischt ich muss unbedingt aufpassen wenn mich der Wark nicht sieht ich glaube ich bin One Hit bei dem oder Two Hit zumindest so der Feldräuber noch da ist wieder eins von diesem drecks fiechern und drei Wölfe die lassen wir mal noch dieser Gitarre müssen wir eh noch nicht daher können wir uns das erstmal sparen da ist noch ein einzelner Wolf Den nehme ich lieber mit. Da ist wieder eins von diesen Dreckswiechern. Wie viel brauchen wir denn noch? Naja, nicht mehr so viel. Die Blu fliegen hier noch. Da ist wieder eins von diesen Dreckswiechern. Weggekrettet. Bam. Die nächsten bitte. Okay, dann sogar drei. Da ist wieder eins von diesen Dreckswiechern. Ein Mist wie weniger. Easy going. Da sind keiner. Da ist wieder eins von diesen Dreckswiechern. Das bleibt doch mal stehen, verdammte Scheiße. Kommen Sie bitte runter. Ein Mist für weniger. Kommen die mal beide? Oder? Die stehen halt sehr nah beieinander. Ja. Zieh den mal weiter weg. Da ist wieder eins von diesen Dreckswiechern. ein Mist für weniger. So. So. Noch das Schweinchen sind wir da. Level up. Na komm mal her Schweinchen Babe. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Beine Schweinchen. Na komm. Komm zu Papa. Komm zu Daddy. Das ist wieder eins von diesen Dreckswiechern. Nein. So. Und jetzt ab zu den Söldnern. Da können wir dann gleich bei Cord und Torlauf stärke und. einheit lernen an die toll auf ich glaube court hat mir nicht beigebracht oder nur wenn ich schon kämpfer bin scheiße scheiße auch vielleicht mal ein teleporter fix das und die stadt haben wir schon teleporter gefunden wo willst du hin zu deiner mutter ich wollte mal nachsehen was es hier so gibt hier gibt's jede menge ärger für männer wie dich du erzählst mir du willst mal sehen was es hier gibt du willst zum hof wieso bist du sonst den ganzen weg hierher gelatscht also erzähl mir kein mist und lass dich kurz von mir durchsuchen dann kannst du weiter wie du willst durchsucht mich ruhig na dann wollen wir mal sehen was wir da haben gold es kann ziemlich gefährlich sein so viel gold mit sich rum zu tragen viele unter den söldnern sind echte hals abschneider keine ehrlichen kerle so wie ich ich will nur 50 gold stücke von dir das ist der weg soll hier du brauchst doch nur einmal zu bezahlen ist doch fair oder und wie läuft hier kommen selten leute vorbei aber bisher hat noch jeder bei mir seinen weg soll gezahlt ich bin gekommen um mich anzuschließen schön für dich dir ist klar dass die sollten abstimmen werden ob du mitmachen darfst oder nicht wirst du mir deine stimme geben aber warum denn nicht 50 gold stücke sind doch ein fairer preis für eine stimme denkst du nicht so raul lassen wir jetzt mal in ruhe den alten wichser von rocket beans wie sieht's aus seit ona verlauten ließ dass er söldner anheuert quillt der hoch fast über vor lauter galgenvögel das ganze gesindel dass ich vorher nicht aus den wäldern getraut hat ist jetzt hier die kerle kamen echt von überall her die söldner kamen von überall her ein großteil kam aus der strafkolonie eine weitere gruppe von söldnern kam aus dem süden sie haben dort wohl orks gejagt und ich wette es sind auch mittlerweile ein paar banditen aus den bergen hier und lassen sich durchfüttern was weißt du von den söldnern aus dem süden nicht viel die haben da wohl orks gejagt soviel ich weiß silvio ist ihr boss zu ihm gehören bulko sentenza raul und noch ein paar andere wer kam alles aus der kolonie lee und seine leute torloff kord jarvis wolf und wie sie alle heißen von welchen banditen hast du geredet das war nur so ein spruch ich bin mir da nicht so sicher im süden des tals gibt es berge mit verlassenen minen da oben verstecken sich einige banditen es sind auch sträflinge aus der kolonie genau wie die meisten söldner auf dem hof hier nur mit dem unterschied dass sie noch schlimmerer abschaum sind die bringen jeden um der sich in ihre nähe traut ok gut zu wissen ich würde sagen wir gehen mal ins haus hier weil ich nicht hier irgendwie teleporter rum da ist eine truhe mit dem boot teleporter wo bist du die truhe abgeschlossen nee ein großer fehler na hallo schönes kind man mut du stehst immer im weg rum ich habe gehört ihr lehnt euch gegen den könig auf mein vater hat beschlossen dass es an der zeit ist dass wir uns selbst verteidigen die milizen haben uns sowieso nie geholfen wir waren noch hier um unsere waren wegzuschleppen welche arbeit gibt es hier auf dem hof mein vater zahlt geld an alle männer die helfen den hof zu verteidigen hast du interesse du siehst mir nicht wie jemand aus der an feld arbeit interessiert ist wie viel zahlt dein vater das musst du schon mit ihm selbst aushandeln ich weiß nur dass jeder der söldner hier täglich seinen sold bekommt also ich flüge schon gern das feld muss ich sagen du kannst ja mal mitkommen gibt es hier irgendwelche regeln die ich beachten sollte du fasst hier nichts an was dir nicht gehört du marschierst nicht in bereiche in denen du nichts zu suchen hast und wenn du vorhast dich zu prügeln halte ich an die söldner wenn die schlägereien mit den bauern anfängst hast du hier alle gegen dich was ist deine aufgabe hier ich verkaufe die waren unseres hofes wenn du etwas kaufen möchtest du es mir nur sagen aber ich warne dich bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen klar was hast du mal gebot zwei frische fürsiche vielleicht zeig mir deine wahl was kann ich dir anbieten rezept eintopf guter käse naja so gut sieht er nicht mehr aus muss ich sagen schafskäse der schon besser abflugkuchen der geht direkt an american pie ist was bedeutendes passiert in letzter zeit vor einigen tagen hat mein vater erlassen dass wir nichts mehr in der stadt verkaufen dürfen darum bleibe ich hier auf dem hof und verkaufe meine waren nur noch an besucher ich bin gut leute ich würde sagen wir beenden den part an der stelle ich danke fürs zusehen wie du sagst und bis zum nächsten mal der nächsten folge quatsch mal da mit den nächsten söldnern auto rein